Limenten und Zitronen Scheiben Limette, oder? Ja, und Zitronen Und dann? Das heisst bei uns Madler Ein Stampfer Ja, ein Stampfer Das machen wir so Das ist ungefähr 2 oder 3 Stück Ja Muss geben Und dann Sie können sich auswählen Ja, weil so hat uns interessiert Zum Beispiel, jetzt mache ich einen mit Hollunder Mit Hollunder, das ist auch Ja Ja, ja Das ist ungefähr 14 Liter 3 oder 14 Liter Limenten, oder Zitronensaft Und ungefähr 2,5 Liter Hollunder Saft Ja, ja Wie viel? Ja? So große Löffel? Ja Ja Jetzt wird das noch ein bisschen Schöne die Stoß Ja 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 firm Ja Ja Ich kann Ihnen darüber Da Und wenn der Schaum ist fertig, dann kommt rein. Das Eigelb kommt in den Schaum, ja? Ist egal. Ist egal. Ist egal. Das Eigelb ist egal.